Bei Social Media geht es immer um Gemeinschaft und das ist der Kern kirchlicher Organisation. Hier geht es um Bindung, hier geht es um Gemeinschaftsgefühl und das kann man mit sozialen Medien stärken. Einfach mal machen. Nicht erwarten ganz viele neue Leute zu erreichen, sondern einfach zu gucken, was die Menschen, mit denen man eh tagtäglich zu tun hat, an Kommunikationskanälen verwenden und den Offline-Dialog dann eben online weiterführen. Ja, so viel Energie wie in jedem Austausch, wie in jede Bindung, das ist jetzt nicht mal nebenbei gemacht. Das muss man schon ernst nehmen. Da muss man in Austausch gehen, da muss man Angebote machen, aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also es ist eigentlich das, was jeder Community Manager macht und das lässt sich aufs Gemeinschaftsleben in der Gemeinde sehr leicht übertragen.